In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Selbstvertrauen stärken kannst in nur zwei Minuten. Und du wirst dazu deinen Körper nutzen, um stark zu sein. Wie kannst du dein Selbstvertrauen stärken, dein Selbstbewusstsein stärken, deine Selbstsicherheit stärken in nur zwei Minuten? Ja, und das ist kein Witz und das ist kein übertriebener Marketing-Gag und ich bin der Guru und ich zeige dir jetzt wie... Nein, das ist alles total bewiesen und zwar von einer Wissenschaftlerin namens Amy Cuddy. Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört, von Harvard. Die hat folgendes Experiment gemacht. Die hat Menschen über eine bestimmte Art und Weise dazu gebracht, dass sich der Hormonhaushalt verändert. Und dazu ist es ganz wichtig zu wissen oder ganz sinnvoll zu wissen, dass vor allem zwei Hormone hier eine große Rolle spielen. Das ist einmal das Testosteron. Und das Testosteron lässt uns groß und stark und sicher fühlen und wir trauen uns viel zu und wir halten uns für toll und trauen uns, Dinge zu machen. Und auf der anderen Seite das Cortisol. Und das Cortisol bewirkt genau das Gegenteil. Wir werden unsicher, wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns mies, wir trauen uns nichts mehr zu. Und sie hat festgestellt, dass unsichere Menschen jede Menge Cortisol haben und relativ wenig Testosteron und dass selbstsichere Menschen sehr viel Testosteron haben und wenig Cortisol haben. Aber auch, dass es ja nicht permanent der gleiche Cortisol- oder Testosteronspiegel ist, sondern dass der je nachdem sich verändert. Und genau da hat sie einen Weg gefunden, wie sich der in tatsächlich nur zwei Minuten verändert. Und das hat etwas zu tun mit deiner Körperhaltung. Denn es gibt sogenannte Schlaffi-Posen, so habe ich sie jetzt übersetzt ins Deutsche. Schlaffi-Posen. Und Schlaffi-Posen ist all das, was eben typisch unsicher wirkt. Also beispielsweise hängende Schultern, gekrümmter Rücken, Hände irgendwo vor den Bauch, vor den Schritt. Also irgendwie sich insgesamt so ganz klein zu machen. Und ja, schüchtern da stehen oder sitzen. Das ist vollkommen egal, ob im Sitzen oder im Stehen. Alles, was dich so klein macht, was deinen Körper eher verschließt und eng macht, das sind Schlaffi-Posen. Ganz schlimm beispielsweise die überkreuzten Beine, also die Pipi-Haltung, die man sehr oft bei jungen Damen sieht, jungen Mädels sieht. Die stehen gerne in dieser Pipi-Haltung da. Ganz, ganz schlecht, was diese Hormone angeht. Was ist das Gegenteil? Das Gegenteil sind die sogenannten Power-Posen. Und das ist zum Beispiel sehr offen zu stehen, breitbeinig zu stehen, vielleicht auch breitbeiniger, als es für eine normale Kommunikation gut ist, weil es darf tatsächlich schon so ins Leicht-Aggressive gehen. Also zum Beispiel auch die Hände in die Hüften stützen. Mach das bitte nicht für anderen, sondern mach das nur, um deinen Testosteron-Haushalt zu verändern. Wie das genau geht, sage ich gleich noch. Also zum Beispiel sowas Aggressives oder so aufgestützt auf einen Tisch oder ähnliche Dinge, die sehr offen sind, die sehr aufgerichtet sind, wo der Brustkorb sehr stark nach außen kommt und wo du sehr stabil und robust dastehst. Das sind die sogenannten Power-Posen. Und der Amy Cuddy hat festgestellt, dass du, wenn du dich zwei Minuten entweder in die Schlaffi-Pose oder in die Power-Pose stellst, dann wird bei der Schlaffi-Pose dein Cortisol total nach oben gehen und dein Testosteron nach unten. Und zwei Minuten in der Power-Pose, in einer der Power-Posen, geht dein Testosteron nach oben und dein Cortisol nach unten. Und zwar deutlich messbar. Insofern ist diese zwei Minuten keine Übertreibung. Das ist etwas, was tatsächlich funktioniert. Probier es aus. Viel Freude damit. Alles Liebe. Dein Michael von jetzt selbstsicher.de Richte dich stets auf im Sitzen und im Stehen, um dein Testosteron zu verstärken und damit dich sicherer zu fühlen, dir mehr Selbstvertrauen zu erschaffen, erzeugen. Und vermeide es, eingesunken da zu sitzen, um so dein Cortisol zu steigern und deine Unsicherheit zu erhöhen. Dein Körper ist das Maß der Dinge. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann lade dir jetzt mein kostenloses E-Book 5 Zaubertricks für mehr Selbstbewusstsein herunter und abonniere diesen YouTube-Kanal.